Musik Meine Freunde, 10 Sekunden zum ersten Mal im wasserdichten Gehäuse Und da ist so ein Typ, der klaut immer unser Boot Melli, Mann, du hast ja eins vergessen Hedle im See, das ist ein ganz seltenes Bild, das werdet ihr da nicht so oft kriegen Ich hasse Seen, aber mit der Schwimmnudel geht das einmal frei Das witzige an dem See ist, die unterschiedliche Wassertemperatur Das ist total witzig Denn auf der einen Seite ist es brühwarm und ein halber Meter weiter ist es so kalt, dass du es kaum aushältst Da hier jetzt wieder, unter mir, total kalt Das ist echt der Oberburner, der Oberhammer So, wir schwimmen ein bisschen Was? Bringst du was zu trinken mit? Jetzt filme ich die Tochter nicht, denn dann darf ich das Video nicht veröffentlichen Jetzt darf ich Wie heißt das eigentlich, wenn man ein Selfie mit einer Videokamera macht? Filfi oder was? Filfi Oh Gott, ist das herrlich Herrlich, herrlich, herrlich Uuuuh Und da das Ding unter Wasser filmen kann, sehen wir mal schon unter Wasser Aber in der Dreckbrühe gar nichts Überhaupt nicht, Achtung Der ist jetzt alles Einen Meter weiter sind wir die Hand für mich nicht So Kommst du wieder ins Wasser, Franzi? Das heißt, Marcel muss Chauffeur spielen Was? Ich muss Chauffeur spielen Also gut, dann musst du aber mein T-Shirt geben Also Marcel, jetzt musst du raus Jetzt komme ich die Hölle aus meiner Jetzt sitze ich in meinem Boot Was unfassbare 200 Euro gekostet hat Und ich meine 100 Kilo habe hier von Schlagseite, ey, volle Kanne Und würde euch gerne meine Frau zeigen, nur das würde euch richtig gefallen, ey Die sitzt mir gegenüber und sieht so sexy aus, ey Guck mal, guck mal, guck mal, wer da ist Sie hat schon gesagt, wenn du das machst Dann sind wir geschiedene Leute Wenn du in die Richtung fahren willst, musst du anders rum fahren So, genau so Ja Die ist warm, ganz verstehen Nicht wirklich, ne? Ja 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 Und Ja Ja Ich lasse mich jetzt kutschieren und da ich euch meine Frau nicht zeigen darf, in ihrem super knappen Bikini-Badeanzug zeige ich jetzt. Das kann man abmachen. Jetzt haben wir hier bloß keinen Antrieb mehr. Das ist toll, ne? Hast du den Ring noch dran, hoffe ich? Ich habe einen Gegenteil dran. Alles klar. Wir geben jetzt kein Läuchern mal wieder. Irgendwann. Gut gemacht, Frau Höller. Du weißt, dass man dich jetzt trotzdem sieht. Ich schneide es raus, wo man dich sieht. Okay? Das ist eine Weitlinke-Kamera. Renner. Marcel, die rufen den Marcel. Hast du gehört, Marcel? Die rufen dich! Für meinen YouTube-Kanal. Ey! Nein! An dem Scheiß See, ne? Hast du echt keine Ruhe, ey! Lauter Piraten, ey! Guck! Pirat Nummer 1. Da ist noch einer. Na dann? Piraten! Da sitzt noch einer und wartet auf seinen Befehl. Und der da oben ist der coolste, ne? Ey, du machst dich doch mal rein, Alter! Der ist der coolste da oben. Ne, fahr mal vor. Ich springe das vom Ball. Mr. Coolman! Fabi, die Spaß, die kann rein jetzt. So. Der liegt da gut. Aber du passt... Hey! Du passt schön auf, dass sie nicht reinfällt, gell? Weil sie kann nämlich nicht schwimmen. Ja. Kannst du dann zufrieden? Ja. Kannst du dann zufrieden? Fahr ich dann? Fahr ich dann? Geh ich dann? Man kann hier stehen! Jetzt sind alle wieder weg. Eine Nixe! Schau doch mal! Eine Nixe! Eine Nixe! Zeig uns deine Schwimmflossen! Neee! Zeig uns deine Schwimmflossen! Neee! Nixe! Neee! Neee! Das kann ich nicht. Und wenn ich die Kamera ausmache... ...